Ja, es hat einiges sich angehäuft, deswegen jetzt diese kurze Sendung. Hier hat man so ein bisschen einen optischen Eindruck von unserem Buch. In dem Fall ist es, glaube ich, das Buch 2, Band 1 und 2 von unserem Buch. Ja, da gab es ja diese Annonce hier in FAZ und so. Ja, die Verkäufe laufen an, viel glücklicher und wir suchen ja überall auch jetzt Testleser und Rezensenten, also Leute, die schreiben jetzt an Rezensionen für Amazon, weil ja das Buch überall ist und es gibt ja ganz einige Möglichkeiten, findet man auf Anhieb, wo man Rezensionen dazu veröffentlichen kann zu Büchern und wenn dann mehrere Leute an Rezensionen schreiben, dann geht das immer so weiter. So, ja, hier, also der Grundgedanke ist ja ganz einfach. Deutschland gehört zu den Lost States, den Massenstaaten, die einfach verlorene Staaten sind. Das müssen wir uns abwenden. Ich habe auch gerade gegen der Frau Grimmenstein eine E-Mail geschickt, dass wir eben sagen, das geht nicht. In Deutschland wird nichts Gemeinwohlorientiertes jemals entstehen, außer vielleicht unseren Außenstellen Gemeinwohlgemeinschaft Köln zum Beispiel, die dann vielleicht irgendwann wird zu einem, wie sagt man, einem Botschaftsgelände des ersten Gemeinwohllandes der Erde. Ja, und wir träumen ja jetzt von einem Gelände sozusagen ein kleines Stück südlich am südlichen Ende von Kanada abzukaufen oder am nordlichen Ende von Mexiko und da könnte dann sinnvoll ein neues, neuer Staat entstehen, der dann auch Mitglied der NATO wäre. Ich habe gestern die Sendung gesehen über Deutschland und seinen viel zu schwachen Raketenabfang, Abwehrriegel sozusagen. Und also auf jeden Fall müsste ja natürlich dann ganz ohne Schutzbündnis geht es leider nicht. Deswegen liegt natürlich dann die NATO nahe, direkt neben der USA und Kanada oder Mexiko und USA. Dann kommt natürlich nur die NATO in Frage und dann muss eben vielleicht auch das Gemeinwohlland fähig sein, vielleicht mit drei technisch hoch überlegenen kleinen Atomraketchen, die vielleicht dann solche angreifenden Städte wie Moskau oder Peking oder sowas vernichten können, ohne dass es irgendjemand technisch in der Lage ist, den Angriff, also das dann abzufangen. Dann können wir natürlich nur hoffen, dass auch die NATO hoffentlich nicht weiter sich in Angriffsstrategien bewegt. Aber in dieser Zwickmühle lebt man dann halt. Das ist sozusagen, man muss sich einem Militärbündnis anschließen, wenn man nicht abgeschlachtet werden will, wie die Indianer, Indios und die Ukraine und der Irak und so weiter. Und nur dann, wenn man da Mitglied ist, hat man einen gewissen Schutz und dann muss man sich leider auch daran beteiligen und muss eben auch in der Lage sein, muss einen eigenen kleinen super Hightech-Raketenschwärmeabfangriegel haben. Ja, gestern in der Sendung war es, klang es so, als würde es 100 Kilometer Reichweite ausreichen, um dann in all die Atomraketen gefahrlos detonieren lassen zu können, wenn von Angreifern. Aber sagen wir mal doch, maximale Reichweite, 200 Kilometer sagen wir, da ist für alle Eventualitäten genug Schutz. Und mit 200 Kilometer können sie kein anderes Land angreifen, aber sie können sich verteidigen. Und wenn sie dann noch drei Nadelstrich-Raketen haben, die hundertprozentig ihr Ziel erreichen, weil sie technisch weit überlegen sind, allem anderen auf der Welt, was es an Abwehrsystemen gibt, dann sind sie geschützt und dann brauchen sie sich, um diesen Quatsch der leider kapitalistischen kriegerischen Welt, dann keine Gedanken und Sorgen mehr zu machen. Und dann, ja, dann gehe ich hier mal weiter, ja, also hier in Deutschland kriegt man eine gute Partei nicht mehr durch, das geht nicht, dazu sind die Menschen halt zu unvernünftig, kriegen ja noch nicht mal ein Wahlbündnis durch. Ja, heutige kurze Vorlesungen hier, das bin ich, der ja also quasi der Anreger des Botschaftsgeländes des ersten Gemeinwohllandes der Erde, Ersatzweise der Gemeinwohlgemeinschaft Köln ist, als Inspirator sozusagen. Ja, und so viel jetzt erst einmal dazu. Dann hake ich jetzt einfach nur ab, was ich angestaut habe, weil heute Abend gibt es wahrscheinlich wieder Talkshow und da will ich den Kopf frei haben von den Sachen, die noch unerlädigt sind. Also, gehen wir nochmal auf den Wahnsinn, den völligen Wahnsinn der Rechten ein. Ja, sozusagen diese völlig blödsinnige Vorstellung, dass die Arier besser sein könnten, die Herrenmenschen sein könnten und alle anderen Untermenschen sein könnten. Dass sozusagen, wenn schon irgendeine Kultur oder irgendeine Menschengruppe oder irgendeine biologische Gruppe überlegen ist einer anderen, dann ist das immer nur minimal. Das heißt, die Normalverteilung der anderen biologischen Gruppen liegt dann höchstens so, dass man hier, dass sie hier liegt, also etwas weniger, also etwas nach links verschoben. Ja, Sie müssen sich jetzt vorstellen, diese Normalverteilungskurve, diese Wanderdüne, ein Millimeter nach links verschoben, zwei Millimeter nach links verschoben, drei Millimeter nach links verschoben. Und mehr wird es nie geben, weil auf der Erde die Evolution immer dazu führt, dass es in jeder Sozietät sehr Kluge gibt und sehr wenig Kluge. Aber eher ist zu befürchten, dass die Deutschen eher zu den Dümmeren gehören werden, dass also deren Normalverteilung eher so aussieht, also eher so, also dass die Kurve so verläuft und jetzt hier schon abkippt und Deutschland weniger Kluge hat als andere Staaten der Welt oder andere Bereiche der Welt. Und also sozusagen, ich sage immer so, jede Form des Rassismus löst sich in Wohlgefallen auf, wenn ich mir klar bin, dass die Klügsten aller Erdteile eher eine Gruppe bilden, nämlich die sind die Klugen. Und das sind kluge Afrikaner, Chinesen, Inder, kluge Amerikaner, kluge Deutsche. Alle gehören sie in eine Gruppe. Und die Dummen bilden eine Gruppe. Und die Mitteldummen bilden eine Gruppe. Diese Gruppen sind viel wichtiger als die Idee, ob jetzt in einem Staat etwas mehr Kluge oder weniger Kluge sind. Und in Deutschland steht zu befürchten, dass in Deutschland eher deutlich weniger Kluge sein dürften als in anderen Staaten der Erde. Weil wir ja eine Selektion machen, dass wir dafür sorgen, dass die klügsten Deutschen möglichst wenig Kinder bekommen, wegen der Sparten, die vom Niedergang eines Landes profitieren. Und dass wir alles dafür tun, Nachwuchs und Zuwachs aus aller Welt von Seiten der Dümmsten zu bekommen. Und dadurch ist natürlich die Gefahr, dass in Deutschland die Normalverteilung am stärksten nach links verschoben ist, also dass die Deutschen keine Herrenmenschen sind, sondern Dummbeutel sind geworden. Also aus dem Land der Dichter und Denker ist das Land der Dummen und Deppen geworden, höchstwahrscheinlich. Aber das ist auch völlig egal. Wichtig ist nur, dass nur wir Vernünftigen, die Vernünftigen aller Länder sich vereinigen sollten. Denn sie können ja den Dummen nicht erklären, weil die kein Gehirn haben, können sie ja den Dummen nicht erklären, was die Klugen denken. Ja, also insofern können sich immer nur die, die Menschen können sich generell nur nach dem Klugheitsgrad zusammenschließen, weil die sollte sich ja nicht verstehen. Der Dumme hält den Klugen für einen Deppen und der Kluge hält den Dummen für einen Deppen. Sie müssen dann halt entscheiden, wer davon Recht hat. Aber deswegen gibt es jetzt nur noch ein Motto, im Paradies der klugen leben, der Vernünftigen. Vernünftige aller Länder vereinigt euch und Schluss mit Proletarier aller Länder vereinigt euch. Das wird nichts, wenn viele Dumme zusammenkommen, das wird eine Hölle. Ja, also von daher kann man ganz klar sagen, diese ganzen Reichsbürger und anderen und das Pseudo-Gemeinwohl-Land, Königreich Deutschland, der Pseudo-Gemeinwohl-Staat, Königreich Deutschland und so weiter. Das sind alles sozusagen Verrückte, die solche Vorstellungen vom besseren Menschen, dem Herrenmenschen, dem Arier, dem Herzensmenschen und so weiter seien. Aber wie gesagt, noch einmal deutlich zu werden, es gibt niemals, wird es auf der Erde eine Situation geben, wo ein Staat zum Beispiel Menschen hat, die von der Normalverteilung hier liegen und alle anderen klüger sind und besser sind als diese da. Das wird es nie geben, denn so weit auseinander können sich Normalverteilungen normalerweise nie verschieben. Also da müsste schon ein Weltwunder geschehen, dass es dann, also was möglich ist, dass eben die Schimpansen, dass deren Normalverteilung hier läuft, sodass also alle Menschen klüger sind als alle Schimpansen. Das kann vielleicht sein. Oder aller Gorillas, ja, aber niemals innerhalb einer Art wie Homo Sapiens, beziehungsweise Savannen, Bonomo. Wir liegen da alle so dicht beieinander, dass es immer nur so ist. Die klügsten aller Bereiche der Erde, Afrika, Indien, China, gehören in eine Gruppe und die dümmsten gehören in eine Gruppe und die mitteldummen gehören in eine Gruppe und so weiter. Nur solche Gruppen können sich zusammentun und wenn sich dann ein neuer Staat der Klugen, der Vernünftigen zusammentut, dann ist das die einzige Chance, die da eine Rolle spielt. So, dann ist das erledigt. Und dann geht's weiter. Also die NGOs, die sogenannten Weltsozialsparten, die hetzen mit ihren Zentralirrtümern die Jugendlichen auf, Fridays for Future, Letzte Generation und so weiter, zu sinnlosen Aktionen, die Spenden begünstigen und halten sie von der Unterstützung der SIP-Systemlösung, GG Combi, des Weltrates und der Next Scientists for Future ab. Das ist, wie die NGOs wirken. Die NGOs sorgen dafür, dass die Weltprobleme erhalten bleiben, denn sie leben sehr gut von diesen Weltproblemen und den Spenden, die dadurch sammelbar sind. Ja, ein ganz anderes Thema. Ja, ja, also Adoption ist in einem Gemeinwohlland natürlich keine Lösung, denn Adoption bedeutet ja, dass auch ein Kind adoptiert werden kann, das eigentlich zu dumm für diese Welt ist, ja, und die Eltern das erst nicht gleich merken, ja. Und zwar ist die Mutter dann durch die Adoption das gescheiterte Kind los, aber nicht die Gesellschaft, denn die Gesellschaft muss dann eventuell ganze Generationen, ganze Nachfolgegenerationen von dummen, nicht arbeitsfähigen Menschen durchfüttern und da sind dann verglichen damit Haustiere weniger schädlich für die Gesellschaft. Aber wie gesagt, in einem Gemeinwohlland soll ja das Sozialleben wieder so hochgefahren werden, dass kein Mensch mehr den Ersatzbefriedigungsversuch eines Haustiers wird brauchen, weil er nämlich so liebevoll mit anderen Menschen zusammenlebt, denn schauen Sie nur, haben die Bonobos Haustiere? Nein. Also das heißt, von daher ist der Punkt klar. Ja, und das nochmal ganz kurz, was ich vielleicht dann heute Abend auch nochmal wiederhole, ist, dass also unser Weltbild als Theorie, die Sie gerne in Frage stellen dürfen, Sie können gerne sagen, nein, da irrt ihr euch, lieber Weltrat, Next Scientists for Future, dass wir also einmal hier unten links bei der Normalverteilung die Dümmeren haben und zu diesen Dümmeren gehören alle alternativen Denker. Alle alternativen Denker gehören zu den dümmsten der Weltbevölkerung, die entwickeln, die werden von den Spaten, die vom Niedergang eines Landes profitieren, aufgehetzt, zu Verschlimmbesserungskonzepten, die aus einem Land wieder tendenziell eine Art scheiternde und kaputtgehende DDR machen oder einen Hitlerstaat. Also diese ganzen Alternativen haben immer nur Konzepte im Kopf, die das Land noch mehr ruinieren würden als dieser blöde pseudodemokratische Kapitalismus, den wir haben. Und in der Mitte der Normalverteilung liegen die kapitalistischen mitteldummen Bürger und die sind immerhin so klug, dass sie erkennen, dass die Verschlimmbesserungskonzepte der alternativen Szenenspinnereien sind, die zu noch mehr Elend führen würden als der Kapitalismus. Und dann ist aber auch das Problem, dass natürlich die mitteldummen Bürger und Wählenden natürlich nicht klug genug sind zu erkennen, dass der Weltrat und die Next Scientists for Future mit dem Gemeinwohllandkonzept mit der GG-Kombi, der Gemeinwohl-Ökonomie-Gemeinwohl-Wirtschaftsordnungskombination GWÖ-GWO-Kombi, GG-Kombi kurz, GG-Kombi, natürlich das viel bessere Konzept als den Kapitalismus haben. Und deswegen können nur die Klugen der Welt zusammen die Gemeinwohl-Länder-Staaten. Das geht aber nicht mit denen hier zusammen. Also wir müssen, wenn wir das Gemeinwohl-Land gründen, diese hier ganz bewusst abhängen. Und wollen wir sie reinlassen? Nö, wir wollen sie nicht reinlassen. Die Dummen lassen wir in den Massenstaaten, die können weiterhin sich gegenseitig alle ihr Leben zerstören. Und die Klugen, Vernünftigen aller Länder müssen sich vereinigen, Gemeinwohl-Staaten gründen. Und bei den Vernünftigen ist ja auch das große Geld der Welt. Also müsste das doch irgendwie mit dem Teufel zugehen, wenn man da nicht wirklich ein Stück mit Kanada, mit der Regierung, wenn da nicht ein Jeff Bezos, ein Mark Zuckerberg oder wer auch immer dann mit den Regierungen reden kann von Mexiko und da einen Deal ausmachen kann, wie es zu einer Abtretung eines kleinen, unabhängigen, neuen Staatsgeländes für das erste Gemeinwohl-Land der Erde kommen sollte, mit einer automatisch echten Demokratie. Ja, und nochmal zur Lage der Situation. Die Leute sind derart von Sektentexten überschüttet worden mit all den zentralen enthaltenen Zentralirrtümern, dass sie nicht mehr erinnern, dass Wahrheiten immer nur aus den Naturwissenschaften kamen. Ja, also die Streitfrage, ist die Erde eine Scheibe, wurde doch eben erst beendet von den Naturwissenschaften und von niemanden sonst. Ja, und die Frage, wie funktioniert Leben wirklich, wurde doch mit Darwin, Wallace und Mendel von naturwissenschaftlich orientierten Wissenschaftlern beendet. Und jetzt wird die Frage, wie Gesellschaften und Psyche und Leben und Glück funktionieren, auch wieder nur von Naturwissenschaftlern beantwortet. Und das ist halt der Punkt. Und das machen diese ganzen Sektentexte vergessen. Der Bürger, also ich fasse nochmal zusammen, der Bürger interessiert sich nicht für die Schenker, mit denen ich heute Abend wahrscheinlich wieder trocke, und andere Alternative, all die anderen alternativen Verschlimmbesserungskonzepte, weil er ahnt, dass das Abgeben von gesundem Egoismus und gesunder Gier an der Garderobe kein brauchbares Zukunftskonzept oder Modell ist. Der Bürger interessiert sich auch wenig für das Gemeinwohlland, weil er dafür wiederum zu wenig Vernunft hat. Also er hat genug Vernunft um die Unsinnigkeit der Verschlimmbesserungskonzepte aller Alternativler. Also Sie können jetzt wirklich sagen, alle Alternativler in einen Topf, das ist erledigt, die gehören zu den Unvernünftigsten der Erde. Und der normale Durchschnittsbürger gehört zu den mittelunvernünftigen. Und leider sind die Wählermassen auch nicht vernünftig genug, um sich zu engagieren für die Umwandlung in ein Gemeinwohlland. Ja, und Irrtümer, beziehungsweise Zentralirrtümer. Es gibt in, achso, das ist auch ein typischer Irrtum der Alternativler. Es gibt im Gemeinwohlland, ja, kurze Pause. Ja, es gibt im Gemeinwohlland keine Gewinnmöglichkeit durch Korruption und Lobbyismus. Und wenn dann ein Landeskanzler doch bestochen würde, dann wird ja dieses dessen Gesetz nach einem Jahr von seinem Nachfolger korrigiert. Und man kann am Beispiel von Glyphosat ja sehen, ja, also stellen Sie sich vor, erstens, was hätte ein Konzern im Gemeinwohlland noch für ein Interesse, uns weiterhin Glyphosat, also eine Genehmigung für Glyphosat zu bekommen? Kein Interesse, denn er selbst hat ja ein Interesse daran an der positiven Gesundheitsentwicklung seiner Kunden. Und wenn er weiterhin Glyphosat gespritztes Gemüse verkauft, geht er ja pleite, weil er zu kleine staatliche Verdienstzuschüsse bekommt, weil seine Gesundheitsfolgewirkung auf die Menschen zu schlecht ist. Also wird niemand versuchen, über Korruption einen Landeskanzler dazu zu bewegen, Glyphosat noch einmal freizugeben. Das heißt also, im Gemeinwohlland fehlt das Motiv für Korruption und die Gelegenheit, denn die vorgezogenen Neuwahlen strafen jeden, der doch irgendwie sich irgendwo bestechen lassen würde, die sorgen dafür, dass der zuverlässig abgewählt wird und dann auch diese Parteien und so weiter längst dann aus der Landschaft verschwunden sind und nur noch Parteien übrig bleiben und Politiker übrig bleiben, die den Menschen optimal Gutes tun und gut tun. Ja, dann ist, im Krimi zeigt sich, also nur mal um aufzuzeigen, dass es eben auch andere, andere Zentralirrtümer durchs Fernsehen verbreitet werden als die der Sozialsparten oder und so weiter, sondern, ja, da ging es um einen Transmensch, einen Menschen, der transsexuell werden wollte und so weiter. Und da sage ich zu der Fernsehsendung, die hat das Ganze sehr bejaht und so weiter und deswegen mein Kommentar dazu, aus Angst davor zu erkennen, dass ein Transsexuell werden wollen, der sich zu Recht in Hölle des Kapitalismus im falschen Film fühlt, also der Transwollende, ah, so ist es richtig, der Transwollende fühlt sich zu Recht in der Hölle des Kapitalismus im falschen Film. Nur kommt er zu der falschen Überlegung, dass man an seinem, dass er, die ist natürlich sehr ein schöner Zentralirrtum der Gesundheitssparten, denn die verdient ja an diesen Operationen ein Schweinegeld, ne, also die Idee, dass er sich umoperieren müsste, anstatt den Kapitalismus zu verlassen und ins Gemeinwohlland oder die Gemeinwohlgemeinschaft zu gehen, in das Botschaftsgelände oder Außenstelle des Gemeinwohllandes zu gehen, stattdessen denkt er, er müsse sich umbauen, ja, und deswegen findet es dann auch der Fernsehsender, weil er ja gut befreundet ist mit den Medizinsparten, die ja die Operationen gewinnbringend durchführen, findet man es toll in der Sendung, in dem Spielfilm, wenn jemand den verzweifelten Rettungsversuch der Geschlechtsumwandlung versucht. Aber ich habe noch nicht gehört davon, dass jemand damit wirklich rundum glücklich geworden ist, denn die Hölle des Kapitalismus ist ja noch da. Und die Interpretation, dass es nicht die Hölle des Kapitalismus ist, sondern die Tatsache, ich sei im falschen Körper, dann da vermute ich, dass da nicht das große Glück ist. Wenn mir jetzt die Leute sagen würden, dass sie sich jetzt also wirklich zehnmal glücklicher fühlen als vorher, dann kann man darüber nochmal nachdenken, aber sonst gehe ich davon aus, dass das auch wieder nur ein Produkt der Zentralirrtümer ist. Also bloß nicht erkennen, dass der Kapitalismus die Hölle ist. Denn das darf ja ein Fernsehsender nicht zulassen, denn er verdient ja im Rahmen des Kapitalismus gutes Geld und deswegen darf er da natürlich, ein Fernsehsender darf natürlich immer nur sagen, toll, dass du dich umoperieren lässt, da verdienen dann die Medizinsparten dran und toll, dass du dich umoperieren lässt, denn unser Kapitalismus ist ja nicht schlecht, sondern die Hölle, das ist die Tatsache, dass du im falschen Körper bist. Also das können wir ja durch Operationen lösen. Hausarztgesundheitsgemeinschaften stehen ja, liebe Schenker, in dem Wettbewerb. Wer ist der beste Kommunenstarter? Ja, also laut GG Kombi soll ja die Hausarztgesundheitsgemeinschaft das meiste Geld verdienen und die meisten Kinder bekommen, die die meisten Kommunen aufbaut. Also warum soll da jetzt irgendwas dran schlecht sein? Warum hängen und kleben diese Schenkerbewegung an ihre Vorstellung, man könne den Menschen, der Mensch könne befreit leben vom gesunden Egoismus und gesunder Gier, wobei die Schenker selbst alle auf Kosten der Arbeit und des Eigentums anderer Menschen leben. Denn sie erarbeiten sich nichts und alles gehört anderen. Also das heißt, sie leben als Schmarotzer und reden davon, dass man doch selbstlos und ohne, sie sind also Folgen einem gesunden Egoismus und einer gesunden Gier, und schmarotzen die Restwelt aus. Ja, und bei den Alternativlern besteht auch immer die Gefahr, dass die regelrechts Versager züchten und Loser zum Schaden aller züchten. Und das bringt uns eben auch nicht weiter. Und dann sind die Schenker ja übrigens, haben sie sich auch verraten das letzte Mal, manchmal erfährt man erst nach vielen Jahren die Wahrheit, dass es eigentlich Planwirtschaftler sind. Sie gehen von einer, wir haben ja auch einen Denkungsaspekt oder einen planwirtschaftlichen Aspekt, aber nur um die Zielrichtung. Also wir zwingen quasi, wir geben eine Lenkvorgabe, nämlich du musst, wenn du Geld verdienen willst, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner mehren, sonst kriegst du zu wenig staatliche Verdienstzuschüsse und gehst im Wettbewerb pleite. Und danach, also das heißt, bei uns wird nur oben gelenkt und der Rest ist Wettbewerb. Und die Schenkerbewegungen, die wollen Planwirtschaft überall. Also das heißt, die wollen wieder den DDR-Murks einführen. Ja, und dann kam wieder ein Krimi mit Sexualitätsunterdrückungszentral-Irrtümern. Da sollte ein Polizist einen Nacherziehungskurs machen und sollte eben dort in diesem Kursus lernen, wie er eine bessere sexuelle Selbstunterdrückung hinbekommt und eben jeden Annäherungsversuch an die Frauen aufgibt und jeden Flirtscherz aufhört. Sozusagen, beste ist null Kontakt. Natürlich ist das Ergebnis von all dieser emanzipatorischen Bewegung, dass die Frauen auch einsamer werden, weil sie keine Signale des Interesses mehr von Seiten der Männer bekommen und dass sie sich selber auch an die Männer auch wieder nicht rantrauen, weil ihnen das auch wieder als unschicklich verboten ist, kommt das dann zur 06-Situation und alle sind einsam. Toll, wie diese Zentral-Irrtümer überall von den Medien verbreitet werden in den Spielfilmen. Ja, die Kontaktaufnahme zu möglichen Sexualpartnern wird so unterdrückt. Ja, ansonsten sind wir dran mit den Buchhandlungen, aber die Frage ist, gibt es einen klugen Buchhändler? Jetzt laufen wir die Strategie, Testleser und Rezensenten und dann können wir den Buchhändlern die Rezensionen schicken und vielleicht sehen die dann die Sache so, dass sie doch mit diesem Buch gutes Geld verdienen können und deswegen ist der Preis zu Recht so hoch, so hoch, damit die Leute dann auch wirklich die Buchhändler was dran verdienen, wenn sie sich den Rezensenten anschließen und das Buch empfehlen und die Rezensionen auch ausstellen und so das Buch empfehlen und dann auch die Bücher verkaufen. Ja, und dann war wieder ein anderer Krimi, da war auch wieder die Sexualitätsunterdrückung, die Zentral-Irrtümer der Sexualitätsunterdrückung, die ja letztendlich zum Beispiel den Konsumsuchtsparten dienen, sozusagen je weniger Sex, desto weniger Endorphine im Kopf und desto mehr Gier nach Ersatzbefriedigung durch Zigaretten, Alkohol, Süßigkeiten und so weiter, Suchtmittel, Zucker und Schokolade und so weiter. Und da war eine hässliche Dicke und die sagte zu einem hübschen Verheirateten, entscheide dich. Anstatt zu genießen, dass sie als Hässliche auch mal was abbekommt an Liebe und Sexualität, wirkte voll der Zentral-Irrtum, nur Monogamie ist erlaubt. Und so hat diese Frau, die sowieso schon fett und übergewichtig und hässlich ist, natürlich noch mehr Grund zu fressen und zu kaufen und zu konsumieren. Und da funktioniert der Kapitalismus wieder. Solange ein einziger Staat beim Klima nicht mitzieht, kann es eigentlich nie funktionieren, denn der kauft dann spottbillig alle fossilen Energienträger auf und macht riesen Gewinne dadurch, dass er diese Billigenergie nutzt und der bläst so viel CO2 raus, wie vorher die ganze Welt. Also eigentlich geht es, es geht eben nur mit der weltweiten Einführung der GG Kombi und alle bekommen ein Wirtschaftswunder und alle machen gleichzeitig mit bei dem Ausstieg aus CO2. Sonst wird das nichts. Ein Klub der Willigen im besseren Sinne als in Hans-Werner Sinn vorgeschlagen hatte. Ja, und die Sozialspartler, also Zentral-Irrtümer der Sozialspartler wurden auch wieder von einem Krimi multipliziert. Sie merken, wenn ich mich mal ablenken will, schaue ich nur noch Krimis, aber da sind genug Zentral-Irrtümer drin. Und zwar, da wurde dann also gesagt, ganz klar gesagt vom Hauptprotagonisten der Sendung, Containern und Essen verschenken sind ja eine wichtige Sache für unsere Gesellschaft, eine gute, wichtige Sache. Dabei handelt es sich, ja, die sind wichtig, ja, zur Kundenerhaltung für Sozialspartler. Das ist nämlich zugleich eine Beschädigung des Lebensmittelhandels durch eine moralische Erpressung. Der Lebensmittelhandel wurde ja quasi überrumpelt durch die Zentral-Irrtümer der Sozialspartler, die natürlich den ganzen Sozialfällen, den Armen, eine angenehme Hängematte mit lauter Nahrungsgeschenken bereiten will, ja, also quasi heutzutage, jedenfalls hier in Köln, brauchen sie heutzutage eigentlich keinen Cent mehr für Essen auszugeben. Also alles, was die Leute zum Beispiel als Bürgergeld bekommen, können sie für Drogen und Alkohol ausgeben, weil sie fürs Essen kein Geld mehr brauchen, weil nämlich anstatt da im Laden etwas, eine Kleinigkeit, gesundes Gemüse einzukaufen, werden jetzt überall die Leute mit Essensgeschenken überschüttet und Kleidungsgeschenken, sodass der Handel riesige Verluste macht, aber dann natürlich von den Sozialspartlern nicht öffentlich an den Pranger gestellt wird. Das ist also quasi eine moralische Erpressung. Wir stellen dich als unsoziale Firma an den Pranger, wenn du nicht mitmachst bei unseren Tafeln und Foodsharings und uns nicht Essen schenkst oder Kleidung schenkst oder was auch immer und so funktioniert der Kapitalismus und natürlich würde es in einem Gemeinwohlland weder Foodsharing, da würden strengstens verboten Foodsharing, Tafeln, Kleiderkammern und so weiter, denn alles muss etwas kosten und denn sonst leistet es auch der Esssuchtvorschub zum Beispiel und die ist ja brandgefährlich und so weiter und ja, ich gehe nochmal zurück auf unser Buch hier hat man wenigstens ob ich habe besser wäre natürlich ich hätte ein richtiges Foto von unserem Buch gemacht aber hier sieht man so ein bisschen räumlich kriegt man so einen leichten räumlichen Eindruck in Wahrheit sieht es einfach schlicht und edel aus und hier 290 Seiten dick der zweite Band der erste Band 200 Seiten circa gut und heute Abend dann in den Talkshow da bin ich jetzt nicht mehr belastet mit den Altlasten der Dinge die noch die ich jetzt schon erledigt habe Tschüssi bis bald das ist